Hallo und grüß Gott zum ersten Wochenausblick aus der Börse München und wie immer mit Manfred Schmidt, dem Leiter der Marktsteuerung. Herr Schmidt, vergangene Woche schaffte es der DAX ein paar Mal über die 9.500er Marke. Jetzt warten natürlich alle, wann werden die 10.000 durchstoßen? Ja, wann die 10.000 erreicht werden, kann keiner sagen. Zum Jahreswechsel war so ein Euphorie im Markt, dass man schon als Spielverderber gegolten hat, wenn man die 10.000 für 2014 nicht vorausgesagt hatte. Inzwischen ist es so, dass wir in einer Konsolidierungsphase sind seit Anfang des Jahres 2014 zwischen 9.550 und 9.400. Manche sprechen schon von einem Fehlstart, aber diese Konsolidierungsphase könnte uns sogar noch mal 200 Punkte weiter nach unten bringen. Allerdings ist das alles nur sehr kurzfristig. Langfristig werden wir weiterhin die Situation des billigen Geldes haben. Die EZB wird den Markt weiter unterstützen müssen. Man spricht sogar davon, dass sie die Anleihekäufe vielleicht sogar ausweitet, im Gegensatz zu Amerika, wo sie im Jahr 2014 wohl sukzessive zurückgefahren werden. Also wir werden weiterhin billiges Geld haben in 2014, was der Treibsatz für die Aktien ist. Aber wann jetzt der DAX 10.000 sein wird, das halte ich für Kaffeesatzleserei. Jetzt hat sich Irland zurück an den Kapitalmarkt gemeldet und eigentlich ganz erfolgreich eine neue Anleihe begeben. Ist denn damit jetzt die Euro-Schuldenkrise überwunden? Ja, nicht nur Irland, sondern auch Portugal möchte am Kapitalmarkt Geld aufnehmen. Und sogar die Griechen wollen versuchen, ohne die internationale Hilfe an den Märkten Geld aufzunehmen. Jetzt könnte man glauben, die Schuldenkrise ist vorbei. Doch man muss vor der Euphorie warnen. Denn gerade wenn man sich die Zahlen für 2013 anschaut, sind die Schulden doch gegenüber dem Bruttoinlandsprodukt gerade bei diesen Ländern und bei den südlichen Ländern weiter angestiegen. Und allen voran hier Griechenland. Also die Euro-Schuldenkrise wird uns auch weiter 2014 noch weiter beschäftigen. Und wie das Damoklesschwert über den Märkten schweben. Und man darf gespannt sein, wie die Lösung ist. Denn über die Zinsen kann es ja eigentlich nicht mehr funktionieren. Denn die sind ja bereits schon sehr niedrig. Traditionell hat Alcoa die Berichtssaison in den USA eingeläutet. Nicht besonders erfolgreich. Was ist denn diese Woche noch zu erwarten? Ja, der Blick richtet sich natürlich nach den USA. Dort läuft ja momentan die Berichtssaison der Unternehmen. Diese Woche ist eigentlich die Woche der Banken. Wir haben am Dienstag JP Morgan und Wells Fargo. Und am Donnerstag dann die restlichen drei großen Bank of America, Goldman Sachs und Citigroup. Auch am Mittwoch darf man gespannt sein, denn dort berichtet die FED über die Konjunktur. Es kommt der sogenannte Pagebook raus. Man sieht also nächste Woche, gerade aus den USA könnten doch einige Zahlen kommen, die die Märkte bewegen. Herr Schmidt, vielen Dank für diese Ausführungen. Vielen Dank fürs Reinsehen. Sie haben es gehört, Euphorie will einfach nicht aufkommen. Trotzdem einen guten Start und eine gute Handelswoche im Jahr 2014. Herr Schmidt, vielen Dank für's Zuschauen.